Ich sparte mich hier immer wieder zu. Ich spring jetzt hier runter, ey. Nein! Das ist ja selbstvoll! Ich bin so dumm! Aaaah! Nein! Komm, guck mich an! Hey und willkommen! Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Bad Wars Challenge zusammen mit Frau Bergström, Marie und dem lieben Marty! Und wir sind super spät dran, weil die eigentliche Bad Wars Challenge, die ich heute nehmen wollte, die habe ich ohne Sound aufgenommen. Genius! Und dementsprechend jetzt super spontan eine neue Challenge ausgesucht, das hat Marie heute übernommen. Dementsprechend ist die Challenge auch nicht wirklich überraschend, denn sie heißt, immer wenn Tim stirbt, darf Marie ein Ohrfeigen. Yay! Geilo! Kommt von Rico übrigens. Das gefällt mir richtig gut. Also die letzte war ja schon gut, wo ich dabei sein durfte, aber die hier, Rico, bist dein Gott. Rico, hast du wirklich gut gemacht. Rico, bist du bei der Gamescom zufällig? Lass mal treffen da, dann bedanke ich mich bei dir für die Nettigkeit dieser Challenge. Dann geben wir eben bald zusammen eine Ohrfeige. Beidseitig. Nein, Quatsch, Nico, war ein Spaß, war ein Spaß. Dementsprechend, was? Rico, nicht Nico. Oh, hab ich Nico gesagt? Ja. Entschuldigung. Hey, was? Wofür das denn? Das war falsch. Das war wie ein Tod in Minecraft. Nein, war es nicht. Oh doch. Okay, pass auf, ich werde das hier machen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind auf der Map Balloons, die ist immer ein bisschen schwerer, finde ich, als alle anderen, weil man hier halt nur zu zweit spielt. Lass mal Schiff weg. Nein. Du musst nicht immer Schiff drunter. Nee, 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 pass mal auf. Lass das mal. Lass das mal. Lass mal eine andere Challenge. Fabi, pass auf, mach mich happy, ey. Du wirkst wie ein guter Mann, ohne Quatsch jetzt. Wie eine gute Melones. Ich hoffe, dass du gleich mitkommst hier runter, weil ich kann nämlich mich sonst nicht wieder hochbauen, aber das sieht gut aus, du machst da einen ganz guten Job gerade. Das ist übrigens echt eine schöne Map. Wirklich, ne? Ja. Balloons finde ich auch neben China wirklich richtig, richtig schön. Ja, genau. Und da hinten ist Iron Man. Siehst du ihn? Oh, alles gut, alles gut. Renn zurück, renn zurück, Kollege. Oh, das war natürlich... Geh mal ein bisschen näher ran. Was hat er denn vor hier? Geh mal ein bisschen näher ran. Komm. Trau dich, guck mal, genieße den Ausblick. Das ist total schön. Wow. Okay, er rennt wieder weg, er holt noch ein bisschen Gold, das ist ganz gut. Und die anderen? Ich hab bei diesem Spiel übrigens Voreinstellungen getroffen. Du bist mit einem Bungee-Seil an der Insel gebunden. Wenn du jetzt runterhüpfst, dann hast du das volle Erlebnis, aber kein Tod. Sag mal lieber, warum er gerade runtergef... Was macht er denn da? Wer ist das? Wieso ist er ein blauer? Ich würd mal sagen gehen. Nee. Birgi ist weg jetzt. Packst du jetzt ein bisschen... Birgi ist erstmal weg. Echt jetzt? Ja. Was bist du denn so für eine Lusche? Ja, ich muss mir doch erstmal irgendwas craften, damit ich hier auch ein Schwert habe. Du musst auch einfach ruft da, wie in der Dorfdisco. Meinst du, ruft da wie in der Dorfdisco? Ja. Ich geh jetzt rauf da, pass auf. Aber warte, ich hab nichts zu essen, deswegen muss ich leider noch mal kurz zurück machen. Jetzt tut mir wirklich rein. Boah. Ist richtig... Spielfahrt der, aber bist du. Bist du? Was ist jetzt los? Köln-Modus an, oder was? Oder Berlin? Berlin-Kreuzberg? Ja, Mann. Oh, da hinten ist ein kleines Happening gerade. Ja, das solltest du dir vielleicht mal näher angucken, oder? Ja, das guck ich mir auch näher an. Du bleib mal hier stisselig. Na. Pass auf. Zack. Und rein da. Und hier auch noch rein. Und dann... Oh, das kenn ich gar nicht. Tschüss. Nein. So. Jetzt zieh er wieder raus. Und jetzt hoffe ich mal, dass da gleich keiner kommt. Bleib da mal stehen. Nein, jetzt hör mal kurz auf. Oh. Oh. Hä, der ist doch in... Nein, der ist nicht in meinem Team. Nein, der ist nicht in meinem Team. Nein, 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 nein. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Dass Birgit heute mal ein bisschen seine Skates auspackt hier. Oder natürlich vielleicht auch zu spät. Shit. Das passiert doch sonst nie. Ja, irgendwie sind die alle sehr sehr defensiv gerade. Ich müsste mein Mauspad noch kurz... Guck dich mal an, ey. Ja, wieso? Ich dominiere hier die Mitte. Ja, ja. Ich dominiere hier die Mitte. Ja, ja. Ich dominiere hier die Mitte. Hä? Jetzt wird das auch noch beleidigend. Ich lenk dich ab. Hm? Ich riskier was. Okay, pass auf. Mann, das macht doch so keinen Spaß. Nein, aber jetzt bin ich eh ein bisschen am Arsch gerade. So. Klingt vielversprechend. Okay, alles gut. Oh, jetzt ist hier ein kleines Happening gerade? Mhm. Das solltest du dir mal genauer angucken. Sollte ich? Ja. Oh nein! Ja! Komm! Boah, Mann! Alter! Oh, es war so schön! Mach das mal öfter. Komm, Marty, Marty. Marty, hilf mir! Bitte, Marty! Du musst das hier stoppen. Marty ist auf meiner Seite. Ne? Ja! Oh, so. Deine Wange muss richtig rot werden und glühen vor Schmerz. Ja. Was ist eigentlich los bei dir? Ja! Ich brauche mich jetzt mal kurz hier ein, so als gäbe es keinen Morgen. Oh, jetzt hör mal auf! Oh, Alter, haben wir kurz eine gezogen jetzt. Oh! 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 Nein! Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie schnell wieder zu uns, dass wir... Jetzt komm ich... Lass hier mal ein bisschen Zeit. Ich bin hier gefangen, warte. Ganz entspannt. Oh, oh! Jetzt hör mal auf! Ich muss... Ich komm hier nicht weg! Ich bin gefangen! Das ist mein Problem gerade! Und da kommt... Da kommt Rot? Ist es Rot? Ja. Den kriege ich, Alter! Den kriege ich! Komm her! Komm her! Komm her, wie er mich... Hä? Du Arschloch! Entschuldigung! Das gibt's doch nicht! Wie er mich hier... Kann man auch an Einsamkeit sterben in diesem Spiel? Ich warte mich hier immer wieder zu! Ich spring jetzt hier runter, ey! Nein! Das ist ja Selbstmord! Ich bin so dumm! Ah! Nein! Komm, guck mich an! Boah, Alter! Du haust so dermaßen zu! Das ist... Du bist einfach... Krank bist du! Zehn Jahre Erfahrung am Teil... Hell, hell, hell! Fight Club, ne? Du bist völlig krank! Du bist einfach völlig krank bist du! Na und? Wenn's Spaß macht? Ja. Das kriegen wir nochmal hin! Zeig mal! Wie siehst du aus? Ach, ich seh's ja da! Boah! Nee, das war aber schon vorher da! Ja? Ja, ja! Pubertät ist du jetzt ne? Mach ja nichts ab! Komm, die kämpfen da überhaupt nicht! Die kämpfen doch überhaupt nicht! Was ist das denn? Die kämpfen doch! Nee, die kämpfen nicht! Ja, der eine will gerne! Guck mal, der andere... Oh, der ist ganz gut! Oh, no! No! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Nein, Marie! Das kriegst du nicht! Ich schwöre es dir! Ich schwöre es dir! Alles gut, alles gut! So, wir laufen auf! Ich muss ein bisschen was eaten hier! Ein bisschen was... Vielleicht baue ich das Bett auch einfach mal kurz zusammen! So sparen ein bisschen Zeit, weißt du? Ja! Hä? Nichts! Ist mal nicht so viel! Du musst auf deine Figur achten! Das stimmt allerdings! Ja? Ja? Also ich finde, fünfmal sollten wir hinkriegen, oder? Ja, ja! Ist doch sonst... Was ist sonst ein Durchschnitt? Zehn? Was? Was? Zehn? Sterben! Oh, Alter! Jetzt deliverst du aber, ne? Jetzt deliverst du aber! Was macht er da chillen? Ja, ich will mal zumindest hier ein bisschen absaben, leider! Ich hoffe, das bringt was! Was ich hier gerade mache! Eine Kiste? Ja, ja! Ich bin mir immer nicht sicher! Ich bin mir immer nicht sicher! Sicher mal mit Kartoffeln ab! Ich glaube, das bringt ihn auch was! Ob das hier die richtige Taktik ist! Äh... Ich glaube, das war... Oh! No! Oh! Nein! Du haust hier ab! Du haust... Ich muss den erstmal kurz hier deliveren jetzt! Zweimal bist du gerade gestoppt! Ja, nein! Ich bin nicht... Nein! Jetzt hau doch endlich ab! Hopp! Okay! Dreimal! Soll ich auch mal die andere Seite? Okay, nur die? Boah! Eins! Der... Der Moment... Was war das denn gerade für eine Scheiße hier? Der Moment ist am schlimmsten vor der Ohrfeige! Du machst das jetzt! Boah! Und einmal noch! Die bewahr ich mir auf! Nee, das machst du jetzt! Die bewahr ich mir auf! Das machst du jetzt! Das machst du jetzt! Nein! Gleich! Irgendwann, wenn du dich in Wohliga entspannst! Guck mal, wie das aussieht! Die Leute helfen mir! Was ist das für eine Scheiße hier, Mann! Das gibt's ja nicht! Das ist schon lange nicht genug! Ich weiß, es wird noch eine kommen sowieso! Vielleicht hast du mich hier mit der Windel weich geprügelt! Das glaubt mir mal! Das krieg ich hin! Da kommt schon wieder einer! Ja! Ja, was willst du denn? Willst du ein bisschen tänzeln oder was, Digga? Geh mal ein bisschen dahin! Ich glaub, der will ein Friedensangebot machen! Oder? Meine liebe Taktik! So, zack! Und dann lass mich meine Super-Taktik, Alter! Zack, Alter! Weißt du? Immer so tun, als wenn ich mich umdrehen, Alter! Und dann... Das hat mir nicht gefallen! Hä? Ich hab irgendwie das Gefühl, auch ich... Mir stirbt jedes Mal etwas, wenn du mich schlägst! Das ist auch so! Okay, besser! Das wird jetzt ein perfektes Timing! Oh, sauber! Ein halbes Herzchen! Ein halbes Herzchen! Das ist nicht so gut! Oh, da kommt schon der Nächste! Da muss ich weg jetzt! Der will sich mich rächen, glaub ich! Wo ist mein grüner Kollege eigentlich? Ach, der ist weg! Also der ist weg! Das ist natürlich hervorragend, dass der weg ist! Das ist super! Du schaffst es irgendwie fast immer, dass alle Teamglieder dich verlassen! Ja, aber warum? Das verstehe ich zum Beispiel nicht! Warum hauen die immer alle ab? Ich glaub denn, ne? Die Spiele spielen auch nach Fame und so, ne? Viele spielen einfach gar nicht richtig! Die sterben einmal und haben dann die Motivation verloren! Ja, genau! Das wäre bei mir aber auch so! Aber warum? Das Spielprinzip ist doch zu gewinnen! Ja, aber manchmal sieht man ja, okay, das wird nichts mehr! Bist du jetzt ganz alleine? Ja! Ich bin ganz alleine! Oh nein! Ich klatsch dir beim nächsten Mal eine! Nicht so hart! Lass es los mit dem Typen da hinten, ey! Lass es los mit dem Typen! So, jetzt ist, glaub ich, die völlig falsche Taktik hier! Ich weiß es nicht, Leute! Ihr müsst mich, ihr dürft mich gerne auspeitschen! Was? Irgendwie so, ich glaub, da kommen sie schon nicht so easy rein! So, jetzt mach ich den hier! Ich drehe mich mit dem Rücken zu ihm! Mal gucken! Warte, 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 warte! Na gut, okay! Das sieht auch rein! Wäre das sein können, hätte das sein können! Es sah schon filmisch aus, da! Ja! So, jetzt klatschen! Wieso schreibst du mich denn hier nicht an? Oh, jetzt wird wieder von rechts ein bisschen spannend! So, warte! Ja, okay, der hat natürlich jetzt viel Gold delivered! Da wird es sehr riskant gewesen, um hier hinterher zu joinen! Wir brauchen definitiv etwas Gold! Dementsprechend gehe ich hier unten einmal rein! So! So! Und das noch! Jetzt gucken wir mal, ob hier jemand kommt! Da kommt einer! Und weg, 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 weg! Uh! Okay! Aber! Oh, ne, okay, warte! Bleib mal kurz stehen! Warte, 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 warte! Das musst du dir jetzt mal genauer angucken! Boah, der hat einen Candystick hier am Stüssel! Okay, alles klar! Aber der ist weg, ey! Ich krieg lieber auch nix! Okay, pass auf! Ups! Jetzt gibt mir mal hier einen besseren Bogen! Aber jetzt haben wir natürlich den Pfeil noch nicht! Deswegen muss ich noch einmal kurz hin! Ich, ich drechsle das hier alleine! Ist vor allem voll YOLO gerade gewesen, Digga! War voll YOLO! Da sehe ich, äh, obwohl ich keinen Teammate mehr habe da, ne? Mhm! Aber egal! Es hilft ja nix! Eine Stunde kann das gehen! Ja! Oh! Oh no! Oh no! Aber warte! Oh nein! 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 Marie! Nein! So nicht! Doch! Halt! Stopp! Ich bin minimal angespannt gerade! Du darfst denn da an, Mensch! Wieso komme ich hier nicht hoch? Oh Gott! Oh! Nein! 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 Oh Gott! Nein! Und du schon wieder! Du schon wieder! Du alte Nervensegel! Verdammt! Komm! Ja! Nimm diese eine dankend an! Nimm diese eine dankend an! Warte! Ich will nicht dein Mikrofon tragen! Mach doch! Da kommen Leute! Ja! Du rennst wieder weg! Da rennst du wieder weg! Wie so ein richtig... Oh! Achso! Das war geklaut! Gut! Ich brauch nur ein Gold! Diese Runde macht mich.... Fertig! Warum? oth lass mich doch raus hier! Da kommt einer! Da kommt einer! Oh Gott! Oh mein Gott! Marie! Hey, bitte! Da kommt einer! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Mann! Diese Runde, sie macht mich wahnsinnig! Sie macht mich so wahnsinnig! Zeig mal dein schönes Gesicht! Hör auf! Mit diesem mich dabei noch so richtig, dass du mich dabei so richtig gemein anguckst, so richtig abgründig irgendwie, das find ich so richtig fies von dir! Einiges gibt es wieder gut zu machen! Was gibt's denn gut zu machen? Weiß ich nicht! Irgendwas bestimmt! Du tust mir richtig weh, weißt du das eigentlich? Ja! Was ist mit dir da unten? Denkst du, ich seh dich nicht, oder was? Ach, und du, mit deinem komischen da unten ist ein Gold! Es reicht, wenn ich mir das jetzt schnappe! So, er haut jetzt im besten Fall auch ab! Schießt mir noch mal zwei hinterher! Ich? Nein, er! So, pass auf! Und jetzt kann ich mir zumindest schnell den Pfeil holen! Den oben! Okay, 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 okay! Wieso? Also, okay! Ah, ich wusste es! Ich wusste es! Ach, ist er da? Ja! Wo ist er? Wo ist er? Er darf jetzt gleich nicht von hinten kommen! Wo ist der? Ich weiß es nicht! Ich auch nicht! Mir fällt immer auf, dass ich bei Computerspielen, wenn ich nichts sehe! Ach, der hat sich hier schon hoch gebaut! Ich denke, ich seh mehr, wenn ich mich bewege! Der Typ muss irgendwo sein hier! Hat er sich invisible gemacht? Boah! Boah! Danke! Super gemacht, Robin, heute! Das wäre auch eine schöne Challenge! Ja! In der du mich einfach lobst! Ja! Das machen wir als nächstes! Versprochen! Oh nein! Birgi, 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 Birgi! Nein! Nein! Warte, warte, warte! Lass mich ihn zumindest alle runterkicken hier! Oh oh! Zwei! Du k- Was mit deinem Eisenschwert? Du kannst gar nichts! Kannste! Das ist das Problem, Alter! Was wollt ihr, hä? Birgi ist hier im Stizzle! Ex to the Rizzle! Moment! Ich muss dir kurz zwei geben! Auch mal die andere Seite? Warum nicht? Eins! Und zwei! Oh, die war ja scheiße! Mann! War's schön? Es war traumhaft, ja! Ja? Mhm! Soll ich nochmal? Nein! Oh man, irgendwann tut mir das nur noch leid! Ich bin am Ende gerade! Ja, komm! Komm! Hallo, Papi! Vielleicht kann ich zumindest hier noch mal ein bisschen was deliveren! Lohnt sich ja jetzt alles irgendwie mehr! Oh man! Mann! Ich hab aber 54 Gold! Kann ich damit irgendwas machen, was cool ist? Ich glaube nicht! Wir starten eine letzte Instanz! Invasion! Kann ich noch irgendwas geiles holen? Das hier kitty cat is on both desk! Yes! Ich würde einfach... machen Kuchen! Versuchst du sie jetzt mit Kuchen? Hortenschlag? Ja! Also wieder eingesammelt, ja! Vielleicht ahnt ja keiner damit! Rechnet keiner damit! Gebt ihm den Kuchen und dann denkt der Mensch, der ist ja nett! Ne? Hau sie mal eins in die Fresse! Erstmal hau ich ihm jetzt hier eine in die Fresse! Weil der ja... Geht mir die ganze Zeit schon irgendwie nerven hier! Hm! Aber ich hab keine Spitzsacke! Ich hab mir gerade die Spitzsacke holen sollen! Hä? Wieso macht denn der nichts? Ich hab keine Spitzsacke das ist so dämlich! Dass ich mir keine Spitzsacke geholt hab ist so dämlich! Wiederhole es noch einmal! Ich hab's noch nicht ganz verstanden! Dass ich keine Spitzsacke hab ist so dämlich! Oh nein, ich bin so dämlich ey! Ich bin so dämlich! Vielleicht geht's ja auch so. Und dann wird es weg! Dann wird es weg! Nein, weil ich kann ihn einbauen, ich kann ihn einbauen, ich könnte ihn einbauen, nein, nein, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, ja, ich bin tot, alles klar. Ach, egal, was soll's, das wäre schön gewesen, hätte ich zumindest noch deren Bett abbauen können, weißt du, ich habe so viel Eisen gehabt, ich hätte einen Spitzhack geholt, sondern ich vergesse ich immer die Spitzhack, egal. Challenge ist, ist ja richtig geil gewesen, Alter, vielen Dank, dass du so viel Spaß hattest. Am Ende wirst du noch einmal geschlagen, weil du ja quasi richtig toll gestorben bist, ne? Ja, noch mal. So richtig ein, komm, genieß es genau, wie ich es genieße, ihr lebt den Moment. Ganz kurz, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, wir sehen uns morgen bei einer Challenge wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis nachher im Stream, tschüss, euer Bergmann. Tschüss.